So, willkommen zurück zu Super Mario 3D World. Ich habe jetzt alle grünen Sterne, auch den einen, den ich trotz G-In-Pad-Mangel vergessen habe im vorletzten Part, was glaube ich, nachholt, alle Goldfarbenen, das waren jetzt nebenbei gar nicht mal so viele, die ich nachholen musste, hab überraschend viele im Let's Play mitgehen lassen, alle Goldfarbenen und alle Stempel. Und jetzt will ich gefälligst... Ah ja, es ist offen. Ich habe jetzt schon gedacht, das wäre jetzt nicht offen, das wäre jetzt was gewesen. Na bitte, nun steht ja die letzte Welt offen. Halleluja. Ja, hier habe ich ja einen Grünstern mit dem Gamepad, das spiele ich leider mit dem Wii U Gamepad, statt mit dem Bro-Controller, aber egal, jetzt habe ich hier... Ja, und ihr merkt, das wird jetzt auch angezeigt, in jedem Level. Man muss nämlich für die letzten 5 Stempel jeden Level mit jedem Charakter durchspielen. Und ihr merkt, jetzt wird auch angezeigt, mit welchem Charakter man den jeweiligen Level schon mal durchgespielt hat. So, ich habe übrigens Peach für die Goldfahnen genommen, weil die ganz einfach mit ihrem Rock besser schweben kann und an die ganzen Goldfahnen besser rankommen kann. Gut, und jetzt geht es ab in die letzte Welt des Spiels. Die besteht aus nur 3 Leveln, nämlich dem schwersten Level aller Zeiten, laut manchen Mario-Fans. Oh, ein Stempelhaus, das nehme ich gerne mal mit. Da kommt, da fehlt also der letzte Stempel. Ach, bitte, Luigi, spannt mal wieder kräftig durchs Fenster. Aha, ja, ihr merkt, die letzten Stempel, die noch fehlen... War das Maunzi? Einer der Stempel sah gerade aus wie Maunzi aus Pokémon. Aber ich glaube, das soll eine Katze aus diesem Spiel nachstellen. Gut, ein Rätselhaus und ein Captain-Tod-Level. Wir wagen uns das erste Mal an den Captain-Tod-Level. Gott, Peach sieht so bescheuert mit Tanuki aus. Gut, Kapitän Todds feuriges Finale. Ja, die Kronen-Welt ist die letzte. Und diese Welt soll sauschwer sein. Egal, ob jetzt hier der Captain-Tod-Level ist oder das Rätselhaus oder dieser Kronen-Level. Das soll echt hier eisenhart sein. Gut, ich bin ja harte Captain-Tod-Level gewöhnt aus Let's Play Captain-Todd. Ach so, die Plattformen hier bewegen sich jeweilig mit... Oh, sogar das Heer. Okay, die haben unten irgendwelche Tanks, die irgendwie oben aufschwimmen. Interessant, gut. Gut, was zum Piranha-Pflanze. Versenkt tot. Kräftig harte Captain-Todd-Level sind wir ja aus Captain-Todd-Tresher-Tracker gewöhnt. Mir blieb immer noch dieser letzte Level sowas im Kopf. Ihr wisst schon, der mit dem Moon jetzt schanzte. Alter Schwede war der schwer. Ja, ich hab schon öfters angesprochen. Ich liebe Captain-Todd-Tresher-Tracker und hätte Bock, das nochmal zu Let's Play. Das alte Let's Play. Ja, könnte besser sein. Drücken wir so aus. Ob ich ein E-Gain machen werde? Na ja, Angebot und Nachfrage eben. Im Moment ist die Nachfrage danach nicht gerade groß. Viele sind der Meinung... Was sowieso? Die Feuerwehr hat die doch ganz rausgekragt, oder spinne ich jetzt? So Brösel wegwischen. Mensch. Naja, dieser... Also im Moment ist keine Game zu Captain-Todd geplant, aber irgendwann, weil ich das Spiel einfach liebe. Wirklich. Ein so geniales Spiel. Ich hoffe, er wäre ja immer noch ein Nachfolger. Captain-Todd-Tresher-Tracker 2 hätte dann hoffentlich für die Switch erscheinen. Denn da könnte ich mir vorstellen, dass sie vielleicht so wie bei Bayonetta, wo sie ja zuerst den ersten Teil mal auf die Wii U geportet haben und dann den zweiten Teil exklusiv für die Wii U gemacht haben, könnte ich mir denken, dass sie das vielleicht auch so in Doppelpack machen. Bei Bayonetta gab es ja auch so ein Doppelpack. Ich habe zwei Spiele in einer Packung, oder wie das war. Ach. So mit diesem... Jetzt aber nach oben. So. Umbleiben, 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 Todd. So, dann wären wir mal hier. Oh, die Lava geht aber schnell wieder hoch. Meine Güte. Okay, der ist hartnäckig. Aber diese Captain-Todd-Level, die bin ich ja jetzt mittlerweile durch eisenhartes Training. Was mir auch an Captain-Todd-Tresher-Tracker irrsinnig in Erinnerung blieb, war dieser Level mit dieser Eisenfestung, die untergegangen ist. Das war auch so ein Lava-Level wie hier. Das ist jetzt eigentlich das letzte Mal, dass man Captain-Todd-Timeline-technisch gesehen hat. Denn ihr wisst ja, Captain-Todd-Tresher-Tracker stellte ja ein Prequel zu Super Mario 3D World da, was man an der letzten Zwischensequenz aus diesem Spiel bemerkt hat. Dass dieses Spiel, also 3D World spielte ja direkt nach Captain-Todd-Tresher-Tracker. Die Zwischensequenz am Ende fand ich ganz witzig, wo einfach nochmal das Intro von 3D World am Ende von Captain-Todd-Tresher-Tracker. Ja, halt. Ich hab doch jetzt ins Mikrofon gepustet. Wo ist denn das Mikrofon nebenbei? Ah, hier. Naja, ich hab jetzt in die falsche Stelle des Gameplayers. Aber das muss doch trotzdem gelten. Ich meine, meine Stimme lässt dir die ganze Zeit auch diese Dinger in die Höhe schnellen. Oh, 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 oh. Und die Steuerung wusste mich nicht jedes Mal ansagen. Okay. Hat das aber wirklich nicht so lange gebraucht, die Goldfahnen alle zusammenzukriegen. Also ich hätte mir das jetzt länger vorgestellt. Aber ich hab scheinbar echt im Let's Play nur ganz wenige verpasst. Das freut mich natürlich. Umso weniger Arbeit für mich. Aber diese letzte Welt hier, die ist gefürchtet unter den, sogar unter den Hardcore-Zockern. Ist diese Welt hier echt gefürchtet. Vielleicht wird deshalb 3D-Welt irgendwie so hochgejubelt, weil es etwas für Hardcore-Zocker ist. Heutzutage verkaufen sie hier irgendwie nur... Achso, nein, falsch. Unten muss es ja sein. So. Was führe ich auf? Aber dieser Level mit der Eisenfestung aus Käpt'n Todd, der war... Alter Schwede, diese Piranha-Pflanze. Dieser Level mit der... Was zum... Ich glaube, ich weiß, wie das geht. Eins nach dem anderen durch ganze Pusten ist mein Atem schon richtig im Werk. Weg, warm, weg. Was noch nicht mal. Huuuuh. Huuuuh. Oh Mann. Was führen die mit unserem Klempner auf? Aber Todd... Ja, aber... Ich blieb mir ein... Moment. Ich blieb mir ein. Ich blieb mir ein, die Message aus Käpt'n Todd Treasure Tracker, die Nintendo einfach mal rausgehört hat, war... Todd ist beliebt. Das ist er nicht. Man erinnert sich an Paper Jam und Color Splash, wo sie ja mit Toads übertrieben haben, überall Toads reingepusht haben, statt innovative Charaktere und das hat echt genervt. Ja, so gesehen, äh, ja, ich mag halt Käpt'n Todd. Die Betonung liegt auf EINEM Todd und nicht 5000, wie's ein Paper Jam war. Ich hab nicht mitgezählt, aber alter Schwede, wie viele Toads müssen das ein Paper Jam gewesen sein? In Color Splash hatten diese Toads dann wenigstens noch irgendeine Persönlichkeit und waren irgendwie noch interessanter, wenn Paper Jam einfach massenweise seelen- und charakterlose Toads, die man einfach retten musste, die von irgendwelchen Viechern, die eigentlich aus 3D-Land stammten. Da hatten ja bestimmt diese Viecher da in der Wüste, die die Toads aufgefressen haben und so. Das hat schon an den Nerven gezerrt, muss man sagen. Und wie. Mir hat Paper Jam ja nicht wirklich Qualm. Huh. Knapp, aber es hat funktioniert. Gut. Eieieiei. Wie schnell muss man da bitte reagieren? Naja, weil in der... Diese sinkende Eisenfestung, so hieß doch der Level in Käpt'n Todd Treasure Tracker, wie schon der dagegen Ende. Ich seh einen Stempel, das ist neu. Ich war eine Käpt'n Todd Treasure Tracker, gab's keine Stempel. Und in den meisten Käpt'n Todd Level in diesem Spiel nicht... Ich erwähne's ja immer noch mal gerne. Käpt'n Todd Treasure Tracker sollte ursprünglich ein The Legend of Zelda Spin-Off werden. Ja, weil Link ja auch nicht springen kann, wie Käpt'n Todd. Und dann hat mir ja Modo gesagt, ey, nee, wir haben schon Hyrule Warriors für die Wii U. Er macht mir für diese Spin-Off einen anderen Charakter rein. Und dann haben sie sich einfach mal für Käpt'n Toad entschlossen. Ich bin ja ausgerastet, als ich gehört hab, dass ein Spiel mit Käpt'n Todd angekündigt wird, was einfach so schön herrlich dämlich war. Und jetzt hoch, immer hoch, alles Gute, kommt von oben. So. Stimmmusseln bereit halten. Hoch! Wo? Hoch, 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 umbleiben, 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 um, 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 um. So. Und wieder. Was verlangen die hier, wenn ich fragen, da von einem... Na gut, wenn ich hier schon Probleme habe. Ja, ist halt so, ich hab Käpt'n Todd, Jager Tracker schon lange nie mehr gespielt. Ich bin sicher, weil ich mich dann in diesem Ultra-Hardcore-Level... ...der Kronen-Level... ...bis anstellen, dass hier... Das ist nur eine Vermutung. Irgendwie kann jemand noch nicht glauben, dass der schwerer wird, als das, was wir in Super Mario Galaxy 2 am Ende hatten, was ja wirklich übelst Kaiser war. Na gut, ich bin sicher, Kaiser Mario World könnte man nicht ohne Safe-Sates durchspielen. Naja, egal. Ich will Käpt'n Todd Treasure Tracker 2, bitte, Nintendo. Und hoch, und hoch, und hoch. Mann, 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 Mann. Wie soll ich denn beim Markt an der Piranha-Pflanze vorbeikommen, um den Grünstern zu erreichen? Und umbleiben, 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 umbleiben! Wieso? Ich hab doch jetzt... Ich kann nicht die ganze Zeit immer posten, das ist doch schlecht, wenn meine Gesundheit... Ich kann doch eigentlich nicht die ganze Zeit posten. Wir werden in dem Part, aber egal wie lange es dauert, das Rätselhaus und diesen Level schaffen. Also die ganze Welt werden wir sicher nicht in dem Part schaffen. Dazu ist sie doch zu Hardcore. Was ich ja auch die ganze Zeit fordere, wir hatten so viele Mario-Charaktere, die ihre eigenen Spiele bekommen hatten. Luigi's Mansion, Super Princess Peach, Captain Todd Treasure Tracker, Yoshi's Island, Donkey Kong Country... Was ist denn mit Bowser? Kriegt der kein eigenes Spiel? Ich verlange immer noch ein Spiel mit Bowser. Ich muss mich jetzt echt weniger aufs Konzentrieren, konzentrieren, Alter. Ich klinge bestimmt völlig bescheuert, wenn ihr euch das jetzt anhört, aber was soll ich tun? Und vor allem, was soll ich hier tun, um an den Grünstein heranzukommen? Moment. Ich konnte nicht wissen, dass die... Ich flipp gleich aus! Das mag sich jetzt völlig bescheuert anhören, wenn ich hier gerade so Geräusche mache. Aber wenn ich puste, dann wird mir schwindelig und dann kann ich nicht mehr zocken. Ich muss irgendwie ins Mikro reinbrüllen, damit ich weiterhin konzentriert zocken kann. Sonst dehydriert, oder wie man das nennt. Wenn man zu schnell atmet, dann dehydriert man ja. Oder nennt man das so? Ich glaube schon. Ich möchte ja einen Erste-Hilfe-Kurs verlegen, wenn ich dann ein bisschen älter bin. Das ist wichtig. So, habe ich das richtig verstanden? Der einzige Grünstern, der mir noch fehlt, ist hinter dieser Pflanze. Die erwarten noch nicht von mir. Ich glaube, ich weiß, wie das geht. Ja, jetzt weiß ich's. Ja! 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 Fürs Erste bin ich mir sicher. Soll ich den Stempel schon mitgehen? Ja! Ah ja, der Level ist ja eh erst zu Ende, wenn wir... Ach, komm! Ich hab genug! Ich denke mir noch, wieso ist der Level jetzt nicht beendet? Das war jetzt was gewesen, dass die Piranha-Pflanze mir nur abgeschossen hat. Oh, der war nicht schlecht, muss ich sagen. Der war nicht schon Power. Gut, wir hätten hier jetzt einen Captain-Tot-Stempel. Aber mir fehlen immer noch ein paar. Der Stern und diese Katzen-Mario. Ich bin sicher, die kriegen wir im Rätselhaus, oder? Die anderen fünf Stempel kriegen wir ja erst, wenn... Und so dumm das jetzt auch klingt... ...wenn ich mit allen Charakteren alle Level durchgespielt hab. Das mach ich sicher nicht. Das ist unter meiner Würde. Ja, hier die Kronenwelt. Wieder Sternteile und Lumas. Gut. Ma... Uuuuh! Und das soll ich mit allen Charakteren durchspielen, wo ich das gerade gesehen hab. Ja, das mach ich sicher, mach ich sicher. Ne, mach ich nicht. Ich werde die 100% in dem Letztplay nicht vollkriegen. Aber damit meine ich wirklich nur diese letzten fünf Stempel. So. Dumpsa, 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 Dumpsa. Okay. Giga-Gebäsche oder kommt da später noch irgendwas dazu? Oh! Moment, das ist jetzt, glaube ich, eine Mischung aus allen Rätselhäusern, oder? Finde ich nicht schlecht. Aber wie viel Grünsterne muss ich hier sammeln, wenn ich fragen darf? Fünf mal sechs. Und Moment, das hier hatten wir ja auch schon in dem... Das soll jetzt wohl ein schlechter Scherz sein. Ich hab's noch geschafft! Ich hab's sehr herzlich noch geschafft! Hüpp! 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 Hier geht der Funk ab! Okay. Das sind echt alle von diesen Rätselboxen, die wir mal hatten, oder? Das hier kenne ich ja auch schon aus dem einen Geisterhaus. Hüpp! Hüpp! Ich riskiere volle Kanne! Ich glaub, hier hinten war's, oder? Ja! Aber ich benutze jetzt echt mal meinen Tanuki! Es geht ja auf keine Kuhhaut hier! Hüpp! 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 Aha! So! Nein, das hatten wir ja schon mal! Treff! Oder Triff! Ja! Noch gepackt! Ja! Welcher war's? Du? Ja, du! Ja! Hüpp! Hüpp! Das wird lustig, wenn ich dann, wenn ich jetzt, sagen wir mal, beim letzten Stern fehle! Das wird lustig! Oh, meine Güte! Ich hab Angst! Und wie ich Angst habe, das hier kennt man ja auch schon aus diesem Schneesturm Level, oder wie er hieß? Schnee-Winterstürme, dieser, glaub ich, dieser Level. Grünscheren! Und hier jetzt auf gar keinen Fall weiter düsen, denn da bin ich ja auch schon mal erledigt worden! Oha! Katze! Das könnten die mir auch früher sagen, dass hier die Katze von Lang ist! Oh! Okay! Das hier kennt man ja auch schon! Mein, ich muss mich grad voll konzentrieren! Nicht kommentieren! Konzentrieren! Das sind zwei andere Wörter! Aber ich hab eh schon öfters gehört! Failige Parts sind doch die besten! Naja, für manche! Ich schau nicht gern Part, wo nur gefehlt wird! Deshalb versuche ich euch hier einen zu bieten, in dem nicht gefehlt wird! Sieht aber bislang gar nicht so schlimm aus! Aber ich kann mir denken, dass der letzte vielleicht so was richtig Schlimmes wird! Wo ich dann abstürze und dann alles nochmal machen darf! Oh, ich schwitz jetzt auch so! Das kann auch tödlich sein! Okay, war nicht so schlimm! Januki! Weh, ich hätte jetzt die Katze beim nächsten gebraucht! Okay, der Hase! Den hatten wir ja auch schon mal! Komm, du Hase! Oh, das war jetzt knapp! Der Hase, der ist nämlich auf Glück! Der basiert auf Glück! Ja! Sogar damit getroffen! Bislang läuft's gut! Kein Fail! Oh, das kann sich schnell ändern! Oh, das kann sich schnell ändern! Wie ist das hier gedacht? Ja! Das? Das? Puh! Jetzt haben wir ein Problem! Ich bin nämlich klein... Ne! Jetzt! Jetzt haben wir ein Problem! Aber ich schaff das noch, oder? Puh! So! Komm, 10 noch! Sieht gut aus! Ich höre gerade ein Rasenmäher! Im Winter? Was zur Hölle! Und selbst das habe ich geschafft! Ist das Skill oder ist das Skill jetzt? Ne! Ein weiteres Mal tue ich euch das nicht an! Ich schneide, bis ich wieder an der Stelle bin! Bis gleich! Puh! 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 Ihr seht's! Ohne Turbo geht's viel besser, gut! Weiter im Text! Dann hätten wir das hier... Das könnten wir ja auch schon irgendwo her... Whoa! Ihr müsst nicht wundern, dass ich zwei Katzen habe! Es gibt bei diesen funkelnden Löchern scheinbar noch irgendwo welche... So... Das können wir ja auch hier... So... Kommt bitte! Jetzt will ich's schaffen! futzis interessant das kannte man aber glaube ich nicht oder das ist neu wo war das fies die musste man auch besiegen ja das können wir auch schon dann muss ich doch jetzt nicht alle besiegen oder einfach nur überleben fast geschafft auch mit katze geht es viel besser als nächstes das kann man auch schon so dass es zweiter jetzt kommen wir noch zwei was hat um mir zu suchen was ein treffer nur ist mir egal das letzte ist wahrscheinlich kompon oder nein ein stempel das ist einfach nur so ein spaß teil oder nämlich mal an ich hab's geschafft ich habe jetzt gar nicht so lange gebraucht ich glaube ich habe so viel versuche bei dem hasen grad verbraucht weil es beim hasen wurde aber echt glück aber ich habe jetzt echt wie pumper das herz okay der stern dafür das aber noch eins ist dann wahrscheinlich im kronen level und die letzten fünf stempel hole ich nicht alter schwede ich habe es geschafft soll ich aber sagen ich fand es gar nicht mal so schwer so eigentlich das wirklich einzig schwere war es mit dem turbo booster und das mit dem hasen ansonsten war es gar nicht mal so schwer gut was machen wir jetzt der weg der champions okay gibt es doch grünen stelle das war im letzten level von 3d land nicht so gut ich würde mal vorschlagen für den part war es das jetzt mal mit pumper das herz wie sauer und im nächsten part machen wir dann das das wirklich große finale